Irgendwas geht, willkommen zu diesem Video, ich spiel das allererstes mal Vailer Match gefunden Ich geb ein Shoutout an den Drugstore 120 Milligramm So warm will in nem Blistern Fotos wie ein Match Ich hab dieses Spiel in meinem Leben noch nie gespielt Das ist jetzt das erste Mal, ich hab eben ne Aufnahme gehabt, aber ich glaub die kann man nicht benutzen Die Aufnahme wär so gut gewesen Und dann Codierung überlastet, Codierung überlastet, Codierung überlastet, Codierung überlastet Ich hab jetzt bisschen was an der Codierung umgestellt und das wird jetzt über Hardware verarbeitet Nicht mehr über Software Ich hab vorher Dings gespielt, ich denk mal ich spiel die nochmal Ich hab überhaupt keine Ahnung was das jetzt bringt Ich bin Schild und Schwert, vergiss das nie Ja ich vergiss das nie, weil ich, also keine Ahnung Ich hab also jetzt die Codierung umgestellt von Software auf Hardware, das heißt es müsste jetzt gehen Und weil die Codierung war die ganze Überlastung, ja Ok Der sieht einfach aus wie Gisaki Tetra, aber hab ich ja keine Hallo, was ist das denn, warum, ah, ah, Bombe, Vogel, Vieh, warum Tot, ich warte bis er kommt Ja Easy as fuck, das war ja gar nix Bist du mein Freund, ja, ok Waaah, ah, ne Kein Problem, ich hab mir Mühe gegeben Ach, das war der Gegner Ihr hört sich an wie Elf, das kann nicht sein Ich kann mich ja nicht von einem Elfjährigen abzocken lassen, ich weine gleich Ich stell' mein Mikro nochmal bisschen um, dass es hier ein bisschen besser hängt so Und jetzt hab ich's komplett scheiße eingestellt, ja perfekt, was ist das? Warum stehen, was stehen alle hier? Und was ist das für ein Stein? Jeder ist hier, jeder ist hier, jeder ist hier Ich habe den Spike Warum hab ich Spike, warum hab ich jetzt Spike, ich weiß ja nicht mehr wie das funktioniert Ah, ah, von überall Jesus Oh, ne Bleib ruhig, ist doch ok Du kannst das auch alles Weeeeh, was du, ne Die andere Runde war ja müde, ja, was Was? Ich weiß, was getan werden muss Weiß ich nicht, lüg doch nicht Oh, da ist der Ball schon wieder, mach du diesmal Nimm du, nein, 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 was für Falko, nimm du diesen Ball da Ich weiß gar nicht wie das funktioniert, mach du Ja, dann nehm ich den halt, keine Ahnung wie man das macht Halte und übernehme eine Kugel, ja Kann ich gleich Bowling spielen oder was? Spike in B, letzte lebende Runde Ich fär mich bereit Und jetzt machen wir das Ganze ohne Probleme Ok, bist du bereit? Kannst du bitte einmal Biakugan sagen? Biakugan Es Memo hat ja ein Kaffee, was viele immer nicht kapieren Willst du erzählen, was kotzt du deinem Kaffee einfach? Was sollt der erzählen? Ja, erzähl doch Du hast, erzähl doch von deinem Kaffee kurz Und ich bin bei A Läuft ja Sub X Ok Was, warum? Na, was ist das? Ich kann, ich bin wasserbändiger geworden Bitte, hör auf, ich will das nicht Was, 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 was Ich bin wasserbändiger auf einmal geworden WTF, was, 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 ja Der war so drin, Digga Ich war so drin, ich war so drin Ich war noch nie so drin in meinem Leben wie heute Ja, 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 äh, 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 äh? Also bis jetzt läuft's perfekt Ich krieg hier noch Kopfschmerzen von dem Ganzen hier Ich weiß ja gar nicht, wie das hier Ich glaub, mein Sohn spielt heute Valorant, Alter Das heißt Veilo, aber okay Nein Ist hier nochmal so ein Ball oder sowas? Ich weiß jetzt nicht Aber was? Hä? Ist ein Gegner wasserbändiger Ich halte, du hast mir nicht mal ne Chance gelassen Nein Das ist deine Gute Was war das, war das ne VECU Ich versteh es nicht, ich versteh es neu Er hat eine sehr angenehme, äh, ähm, Stimme Sehr angenehm Ach, ach so! Komm und wir kaufen mal so n Ding Eine Barrieren-Sphäre Kann ich den auch mit E aktivieren? Werf mal Hallo oder F Aaaaaaaa 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 Bitte tu mir nix spike in B yy-yammma trade куда syd Also ich habe jetzt lang genug Sniper gespielt, ich habe eine neue Taktik, okay? Du kannst gegen die nicht mit Sniper spielen, weil es funktioniert nicht. Weil die sind alle gierig, das sind alles gierige, gierige Menschen. Gierige Menschen, die vom Weg Gottes abgekommen sind. Hauptsache du isst nicht Schweinefleisch, alles andere ist halal. Stopp, 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 willst du mich verarschen? Ich muss jetzt schon lachen, weil die Leute im Stream geschrieben haben, nein. Ja, die Jagd beginnt, ich habe wieder eine Bowlingkugel. Digga, hat der gerade geschissen oder was? Warum stöhnen denn alle? Das ist eine neue Dips hier. Ich bin der Letzte, was? Wie ist das denn so eskaliert? Nein, 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 nein. Die planten doch in B schon wieder und ich weiß nicht, wie man die Bomben wünscht. Bin ich das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Oh, dieser Druck mit dieser Minute Zeit nur noch. Bin ich richtig? Ist das hier B? Ja. Hä, ich habe ein Krieg gemacht. Widersacher beseitigt. Okay. Cool. Hä? Da kommt ein Löwe. Was? Da hast du ihn. Wie bitte? Seht mich an und wisset, dass ich an eurer Seite stehe. Nein, nein. Aber die war gut. Die hat mir gefallen. Das machen wir nochmal. Verlass dich auf mich, Alter. Ja, du hemmerst einen Stein kaputt. Was für. Er hat meine Taktik kopiert. Ich habe es gesehen. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich es heute. Heute ist mein Glückstag. Das war wohl nichts. Tod. So. Ah, pflanzen in meinem Gesicht. Das Emperor-Eye. Gehen Sie, ich habe es. Ich habe es. Ja, das ist es. Ich habe 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 es. Jawoll. Jetzt X drücken und dann bin ich krass. Wasserbändiger. Komm, wir tanzen. Pew, pew. Behind. Was? Behind? Wo? Oh. Oh. Oh, Feuer. Komm. Im Angriff? Was für. Was für wo? In die Mitte. Oh, hinter der Kiste. Du scheiß Obstakörper. Wie viel Grunge hast du geraucht an diesem Tag? So. Was ist denn Talco schon wieder? Und dann siehst du dann nichts. Du wirst einen Vogel und du siehst nichts. Du bist doch gehandicapt. Warum sollst du diesen Vogel überhaupt werfen? Was macht der Vogel? Ich sag euch was. Diesen Typen würden Ferien auf dem Bauernhof nicht schaden. Ferien auf dem Bauernhof? Wieso? Aber es ist ja nicht schlimm. Ich habe das Spiel. Ich bin nicht angepisst. Aber es hat sich nicht so angehört. Also, ich... Oh. Oh. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe Angst. Es war zu überwältigend für mich. Aber jetzt fick ich ihn. Oh. Hä? Verloren. Schon wieder. Diesen Screen habe ich heute achtmal gesehen. Da ist der Bowling bald schon wieder. Das heißt... Oh, was war das denn für ein Voice Crack? Das war ja unangenehm. Oh. Warte noch. Warte. Was ist das? Was ist das? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich komme... Ey, der ist da lang geslidet. Mit Schlittschuhen irgendwo in ihr... Was? Nein, nein, nein. Eure Herzen schlagen wie wild. Ja, ja. Die schlagen wie wild. Ich bin komplett überfordert. Ich bin am Zittern am ganzen Körper. Es ist pure Folter. Wir sind jetzt alle hier vereint zusammen. Und wir machen das jetzt zusammen, okay? Okay, ich halte hier schon die Fresse. Guck, easy as fuck. Der komische Empire ist... Aua, Feuer. Oh nein, nicht schon wieder so ein Falco, Digga. Beide gesichtet. Okay, ich komme rein. Easy, Jungs, okay? Okay. Ein Gegner übrig. Ich habe euren Rücken. Ich habe euren Rücken. Guck, so schaffen wir das. So schaffen wir das. So schaffen wir das. Wir sind alle... Wir sind alle... Wir sind... Äh... 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 Wo kommst du denn her? Ja! Makellos! Ich habe den letzten Kill gemacht. Den Finishing Blow. Hast du das gesehen, Alter? So langsam bin ich drin. So langsam habe ich den Dreh raus, glaube ich. Der Wechsel ist auch ganz spektakulär, glaube ich. Weil... Ja, ist halt einfach so. Okay, dann komme ich einfach mal... Ich folge mal einfach unauffällig. Ich gucke mal, ob man was lernen kann. Da kommt ein Löwe, ja. Alter! Alter! Ja, Alter! Boah, das war jetzt zu viel für mich. Ich bin überfordert mit der Gesamtsituation. Ich kann mir nicht mal eine Waffe kaufen, weißt du was? Wir probieren mir mal was ganz Neues aus. Wir nehmen mal die Shorty. So, jetzt zeig mal nochmal, wie du diesen Löwen da machst. Komm! Kurz mal ein bisschen gucken, wie das funktioniert. So, auf! Komm, schick doch diesen... diesen Löwen hier. Uuuuuh... Der Wasserball. Guck mal, ich habe einen Wasserball. Loh... Äh! Äh! Hä? Hä? Portal! Alter! Okay, cool. Yeah! Swag! Das war's schon. Jawohl! Ich glaube, kein Problem, hey! Gehen runter wie nix, du! Einschärfen. Halte 4 zu entschärfen. Ey, ich habe jetzt auch diesen Barcode-Gräbekassen-Scanner, Alter! Let's go! Ha! Gewonnen! 4 gewinnt! Alter, indirekte Beleuchtung. Sehr schön! Und... Das war das Schlechteste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Alter, wie hättet ihr den nicht kommen sehen? Wird der, wird der, wird der, äh, wird der gerade von seinen Eltern daheim geschlagen? Das Video wird auf jeden Fall gestrikt.